Werden Millionen Rentner abgezockt? Gaspreissenkungen kommen bei Rentnern nicht an. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Seit Monaten, das wissen wir ja, oder seit Anfang des Jahres 2022, kennt der Gaspreis nur noch einen Weg, nämlich nach oben. Und da gibt es aber eine Änderung, seit September 2022 sinkt der Gaspreis kontinuierlich wieder nach unten. So, das ist erstmal die Ausgangslage. Dennoch haben Millionen Menschen in Deutschland zum 01.01.2023 eine zum Teil Wahnsinns-Gaspreiserhöhung bekommen. Dass das dann selbstverständlich nicht mehr bezahlbar ist, war auch der Bundesregierung irgendwann mal klar. Und diese hat ja zum 01.01.2023 den Gaspreisdeckel eingeführt. Also zum 01.01.2023 soll die Gaspreisbremse dann kommen. Und dieser Deckel liegt dann für Verbraucher und für Rentner und Arbeitnehmer bei 12 Cent Gasverbrauch pro Kilowattstunde brutto. Also Komplettpreis. Die Gasspeicher waren Anfang November 2022 mit nahezu 100% gut gefüllt. Anfang Dezember hatten wir ja in Deutschland eine ordentliche Kältewelle. Und da sind die Gasspeicher auf 87% entleert worden. Und nunmehr steigen diese Speicherstände wieder, weil wir haben jetzt aktuell eine günstigere Witterungslage. Aber was ganz interessant war, in der Zeit, wo die Gasspeicherstände sich entleert haben, sind trotzdem die Spotpreise, also die Handelspreise für eine Megawattstunde Gas oder Kilowattstunde Gas an den Gashandelsmärkten deutlich gesunken. So gab es am 20.12.2022 eine ganz, ganz wichtige Nachricht von dem europäischen Gashandelsmarkt. Die Handelspreise für eine Megawattstunde Gas lagen am 20.12.2022 bei 102 Euro und für eine Kilowattstunde Gas bei 10 Euro und 2 Cent. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und nunmehr also aktuell deutlich unter der Grenze von diesen 12 Cent, die die Gaspreisbremse oder diesen Deckel zum 1. Januar 2023 ausmachen soll. Neukunden haben im November 2022 im Schnitt mit 21 Cent pro Kilowattstunde Gas sehr, sehr viel Geld für ihre Gasrechnung ausgeben dürfen. Und da stellt sich doch die einfache Frage, warum werden die gesunkenen Gaspreise nicht schnell an die Endkunden weitergegeben? Warum muss es eigentlich zum 1. Januar 2023 zu solchen exorbitant hohen Gaspreisrechnungen kommen oder Preisankündigungen durch die Gasversorger kommen? Das ist eine Frage, mit denen wir uns beschäftigen, also die uns selbst auch als Endkunden beschäftigt, die Millionen Rentnerinnen und Rentner auch beschäftigt. Warum steigen denn eigentlich noch die Preise im Jahr 2023? Möglicherweise liegt diese Entwicklung an dem Einkaufsverhalten der Gasversorger und Zwischenhändler. Aber eines ist klar, eine solche Preisentwicklung muss über kurz bei uns als Verbrauchern und Millionen Rentnerinnen und Rentnern wieder ankommen. Es kann nicht sein, dass die Gaspreise steigen, obwohl an den Großhandelsmärkten die Gaspreise deutlich sinken. Damit nicht der Eindruck entsteht, dass die Gasversorger Rentnerinnen und Rentner, Verbraucherinnen und Verbraucher, Arbeitnehmer hier abzocken. Sollte sich aber an den Preisvorgaben der Gasversorger unserer für Millionen Menschen in Deutschland nichts ändern, muss zwingend der Gesetzgeber eingreifen. Denn dann besteht definitiv die Gefahr, dass Millionen Menschen, Rentnerinnen und Rentner hier am Gaspreis massiv abgezockt werden. Das heißt also, die gesunkenen Gaspreise an den Handelsmärkten müssen auch Anfang 2023 bei uns als Verbraucher wieder ankommen. Wir hoffen, dass ein Eingreifen des Gesetzgebers nicht notwendig sein wird. Wir hoffen, dass die Gasversorger hier ein Einsehen haben und uns als Verbraucher und Millionen Rentnerinnen und Rentner hier die gesunkenen Preise weiter durchreichen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.